Hallo, willkommen zu einer neuen Folge, kennst du das noch? Und heute stelle ich dir die Frage, kennst du noch Rucksäcke? Und ich meine, pass auf, wir sind alle irgendwann mal zur Schule gegangen, ja, und pass auf, wie sah euer Turnista aus? Schule? Wie schreibt man das eigentlich? Turnista. Turnista, okay. Hattet ihr damals noch so einen alten Turnista? So ein riesiges Bollerding, das hattet ihr in der Grundschule. Und in der Grundschule war das völlig okay, du hattest deine Lieblinge, ihr hattet vielleicht Mickey Maus, Minnie Maus, von wegen heutzutage das da, ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Vielleicht hat er einiges Spongebob, halt so einen richtig coolen Turnista. Und dieser Turnista von Scout, genau, warte mal, die waren die ganze Grundschule über toll, ja. Die waren völlig okay, sie haben ihren Zweck erfüllt, es war überall Platz und jedes Kind hatte so einen Turnista. Klar, die gibt es auch heute noch, klar, aber dann gab es irgendwann mal eine Phase, wenn du auf die weiterführende Schule gegangen bist, fünfte Klasse, da durftest du nicht mal mit einem Turnista entkommen. Bist du denn irre? Bist du wahnsinnig? Vielleicht noch in der fünften Klasse, aber spätestens bis zur sechsten Klasse hast du selbstverständlich einen Rucksack gehabt. Und coole Kinder hatten zu meiner Zeit einen Eastpack. Wer keinen Eastpack hatte, war ein, war Abfall. Man hatte einen Eastpack-Rucksack. Ansonsten warst du uncool, wurdest gemobbt und konntest dich auf der Schule eigentlich gar nicht mehr becken lassen. Farbe an sich war egal, aber es musste ein Eastpack sein. Und an diesen Eastpacks hattest du ja hier immer diese kleinen, äh, diese Laschen an der Seite, ne? Hier vorne und da an der Seite. Und an diesen Laschen haben die Leute natürlich ihre Persönlichkeiten gesammelt. Da hattest du entweder so kleine, keine Ahnung, kleine Figuren, die du dran haben konntest. Und jetzt pass auf, es gab eine ganz, ganz wilde Zeit. Da warst du richtig cool, wenn du an deinem Eastpack diese Laschen hier gesammelt hast. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Diese Laschen, am Anfang waren es diese blauen, die haben halt diese Leute diese blöden Laschen gesammelt von diesen Red Bull-Dosen und haben die dann halt so in solchen Reihen an ihre Eastpack-Rucksäcke dran gemacht. Und die wurden halt richtig gesammelt. Und pass auf, dann kam nämlich irgendwann, war das Ding so viral. Ich weiß ja nicht, ob es außerhalb Deutschland auch so war. Ich habe es natürlich nur bei Deutschland in meiner Zone mitbekommen. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, das Ding war irgendwann so viral, dass dieser Trend durch ganz Deutschland gegangen ist, dass alle auf einmal diese blöden Laschen von diesen Dosen gesammelt haben, dass die, dass die Hersteller das mitbekommen haben und verschiedenfarbige Laschen angebracht haben an diesen Dosen. Dann gab es irgendwann, gab es Limited Edition Dosen, einfach nur mit andersfarbigen Laschen. Und die Kinder haben die, haben die aus den Händen gerissen. Sobald eine Red Bull-Dose oder irgendeine andere Dose kam, Red Bull war natürlich sehr beliebt, mit einer grünen Lasche war das auf einmal der Scheiß. Jeder wollte auf einmal eine grüne Lasche an seinem Eastpack-Rucksack haben. Und dann wurden diese Limited Edition, wurden verkauft wie beschissen Brot. Die Hersteller haben einfach nur andersfarbige Laschen rausgebracht oder anders geformte Laschen, weil die genau wussten, dass wir diese Dinge haben wollten. Pascal, grüß dich. Das war eine ganz, ganz wilde Zeit. Wegen diesen blöden Laschen, warte mal, Red Bull-Laschen. Ich gucke mal, ob ich da ein Bild von finde. Wie gesagt, die wurden halt richtig so nebeneinander aufgespannt und waren dann hier vorne an den Rucksäcken halt an den Ketten angebracht oder am Schlüsselanhänger oder sonst wie. Du warst halt einfach super hip und super cool, wenn du halt diese Laschen gesammelt hattest. Ich finde es krass, dass ich dazu keine Bilder finde. Diese Laschen hier halt. Die wurden dann abgemacht und die hingen dann vorne an den Rucksäcken dran. Heute hängen sie sich McDonalds-Kosak-Leder dran. Echt? Hab gegoogelt, hab immer Aufreißlasche. Okay. Dosen, Lasche, Rucksack. Mann. Egal. Also, Eastpack war damals der Rucksack. Und das war halt eine ganz, ganz coole Zeit. Man muss halt auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt damals, als diese Eastpacks so berühmt und so krass waren, gab es noch eine ganz, ganz andere Marke, die auch einfach mal übelst hip war. Das war Fishbone. Gab es davon Rucksäcke? Oder Klamotten? Es gab auch, es gab auch Rucksäcke von Fishbone. Aber vor allem Fishbone war auf einmal übelst die Kleidungsmarke. Fishbone-Kleidung. Diese blöde Marke Fishbone war auf einmal überall. Das war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als die Eastpacks total berühmt und total bekannt waren, war auf einmal Fishbone super hip. In den du New Yorkern oder überall hast du nur noch diese Marke Fishbone gesehen. Ich persönlich hatte die nie. Wir müssen uns mal kurz diese Kleidung näher angucken von Fishbone. Die kann ich mich gar nicht erinnern. Sehr interessant. Ist das gerade die Wrestlerin? Ne, sieht nur so aus. Hier auch Fishbone. Aha, aha, aha. Ach, genau. Oder Dickies. Oh mein Gott. Dickies. Ja, hier, genau. Stimmt. Das war auch hip. Aber Dickies war, glaube ich, eher so für die Skater, oder? Meine ich so, um mich dran zu erinnern. Das war eher so für die, die so die lockere Kleidung gehabt haben. Das war so für die, für die, für die, für die Hippen, für die Skater, für die coolen Boys irgendwie. Dickies. Hallie Hansen. Nicht Jelly. Ja, stimmt. Stimmt, dieses Ha-Ha. Oh mein Gott, ja. Hallie Hansen war so hip und angesagt damals. Irgendwann während meiner Schulzeit. Stimmt. Fubu sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Aber ja, Hallie Hansen, vor allem diese Bomberjacken, ne? Bomberjacken. Bomberjacken, so Hallie Hansen. Stimmt, stimmt, stimmt. Was gab es noch denn für Kleidungsmarken? Fishbone-Portemonnaie. Ja, hatte ich auch. Portemonnaie. Ah, das ist cool. So ein Fishbone-Portemonnaie. Spliffy kenne ich überhaupt nicht. Spliffy. Ne, das kenne ich nicht. Das weiß nicht, ob das entweder bei mir in der Region nicht war oder so, aber das kenne ich tatsächlich gar nicht. Fubu? Fubu. Fubu. Habe ich auch nie gesehen. Ja, okay, an die kann ich mich so ein bisschen erinnern, aber jetzt nicht so groß. Ja gut, S. Oliver war ja irgendwie immer da. S. Oliver war ja irgendwie immer. Airwalk. Airwalk-Kleidung. Ne, kann ich mich auch nur so dunkel dran erinnern. Aber wie gesagt, manchmal machen so ein, zwei Jahre tatsächlich einen Unterschied, ne? Krass. Und eine Sache, die ganz, ganz schlimm war, zu dem Zeit, also in der damaligen Zeit, es gab zwei Trends, die richtig, richtig dumm waren. Hier wurde es gerade schon geschrieben, das ist einer der dümmsten Trends, die ich je mitbekommen habe. Diese scheiß Buffalo-Schuhe. Auf einmal sind die Frauen rumgegangen mit diesen, mit diesen Schuhen, mit diesen riesigen Absätzen. Es sah dumm aus, es sah irgendwie weird aus, es hat keinen Sinn gemacht und die Absätze wurden ja immer größer. Angefangen hat es halt so. Dann waren sie irgendwann so, aber ich habe auch Leute da mit rumlaufen sehen. Ich fand es nie hübsch. Nie, nie. An keinem einzigen Menschen fand ich, sah das nicht dumm aus. Aber das ist dann Geschmackssache, ne? Und was dann auch irgendwann Trend wurde, das waren halt diese riesigen Jeans, wo man dann die Unterhose gesehen hat. Ich weiß bis heute nicht, warum oder wie sich dieser Trend entwickelt hat, dass halt diese coolen Skater-Boys, dass man irgendwann nur noch blanke Unterhosen gesehen hat, weil die Hosen unter dem Arsch hängen. Kerle hatten das auch getragen? Stimmt, das weiß ich noch, ja. Ja, die sind damit natürlich auch mal umgeknickt. Das kommt von Amerika. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum. Ich will nicht wissen, woher, sondern ich verstehe nicht, warum das jemals cool wurde, dass man die Unterhose sieht. Mann, 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 ey. Vor allem die haben es da irgendwann noch voll übertrieben, wie tief diese Hosen irgendwann hingen. Ah, es gab ganz, ganz komische Modetrends im Laufe der Zeit. Aber das ist so ziemlich mit das Bescheuertste, was ich gesehen habe. Diese Plateauschuhe. Vor allem halt Buffalos, ne? Die Schnellfickerhose von Adidas, okay, die ist aber auch Kult. Die ist ja auch Kult. Ich habe überlegt, ob ich Schnellfickerhose eingebe. Adidas Jogginghose. Ja, komm, die ist halt der Klassiker. Schön geknöpft an der Seite und dann Ratadadadat, ganz schnell aufgezogen. Hast du mal ganz schnell ein Nümmerchen geschoben. Die ist doch einfach Kult und bequem. Schnellfickerhose, ja. Ratz, 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 ratz. Und zack, aufgeknöpft an der Seite. Kann aber auch nervig sein. Können natürlich auch ein bisschen stören. Es gibt super, super komische Klamotten und Modetrends im Laufe der Zeit. Das ist jetzt, wie gesagt, ich bin 1986 geboren. Das heißt, ich bin 1992 eingeschult worden. Und das heißt, als ich in der 5. und 6. Klasse war, das war halt alles noch voll Mitte der 90er. Das war halt so meine Zeit, als ich diese ganzen Modetrends und diese Sachen so mitbekommen habe. Ja, aber die Frage ist natürlich, kennst du das überhaupt noch? Kennst du noch diese alten Eastpack-Rucksäcke? Kennst du noch diese komischen Laschen? Welche Rucksäcke, was war zu deiner Zeit irgendwie aktuell? Meine ganze Schulzeit waren es bei mir einfach die Eastpacks. Wenn du keinen hattest, wie gesagt, dann liest dich am besten nicht auf der Schule blicken.